Wie sieht's denn draussen aus? Kann jeder rausgucken? Der Pult hier manchmal dazugehen Ich will aber jetzt nicht draus schießen wir hier dann, wenn wir da oben sind Ich bin drinnen Das haut mich doch nicht Habt ihr aber die Fässer mitgenommen? Eins hab ich drinnen Wir haben ja genug Fässer rumliegen Na ja eben Warte mal hier liegen noch zwei Hier ist noch eins Geh mir aus dem Weg Ich doch schon, aber mit der Ruhe Nummer 2 Nummer 3 Ich glaube mehr als 3 Fässer gehen, glaube ich Na doch 4 oder? Na ja Nee, ist ein 3er Kommst du jetzt einsteigen? Ach, ich soll fahren Ja, du kannst das Ich schieße eine Weile aufs Pass vor uns Nee, warte mal, wo wollen wir hin? Ähm, wir wollen doch Wollten wir doch nie zu Alice Haus Ich habe überlegt grad, wo die ist Ich komm nicht aufs Pass Sonst hätte ich drauf geschossen Musst du mal ausstehen Aussteigen Da kommen ganz viele Schieß drauf, schieß drauf Ich habe keine Waffe ausgewählt Dann lassen wir es aus Dann lassen wir es aus Dann lassen wir es aus Warte, 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 warte Warte, warte, die Fässer sind gerade ein Warte Wenn sie vor uns sind Ich habe die Waffe auf das auf das Rote Fass Ich guck, ich habe hier, äh, Karte offen Also ich kann jetzt nie sagen, wer wo was ist Ja ja, also wenn die vor uns sind Ich habe die Waffe auf dem roten Fass gezielt Du könntest ja mal ein Stück zurückfahren Damit man hier die ganze Bucht auf äh, abkommt Ich habe Ich habe Ich habe Leute Die Pässe Ich hoffe, da kommen wir auch hin Sind nochmal wichtig, ne? Wer ist wichtig? Sind wichtig Sind wichtig Das ist unser Hauptpress Jetzt Auch machen wir die Scheibe weg Was ist mit der Karte in der Scheibe? Ist doch schon Was wird denn über 120 Meter entfernt? Ja, lassen wir mal Lassen wir mal Wir kommen ja schon hin Und wenn es um Umwege ist Ja, geht bloß um Umwege hin Dem heißt es nicht Ja No, no Ja Ist doch mal regnet was? Ja Ja Mach Scheibe wieder dran Weißt du was Fies wäre? Ich habe es gewusst Ihr seid durch ein Explosions-Dinges gefahren und der hat sich die Fässer mitgerissen Was aussieht Ich komme zu euch Ach der ist weg? Der sagt Ja Ich bin wirklich an's weggerissen Ich weiß nicht ob die Fässer überhaupt wieder heim sind Also Ja Also Elz ist hinten drauf Das sehe ich Guck es mich an's weggemachen Die Fässer leben Ich bin drauf Ich dachte der ist noch doof Der hat mich einfach so mitkittert wie das Geht das? Der ist explodiert aber die Fässer sind doch alle dran Das Wasser angeschnallt als du Und die weißt du wieder schön Und die weißt du wieder schön Weißt du was Weißt du was Scheiße 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 Gestehen oder was? Was machst du denn? Hörst du mal stehen? Lass mich vorbei Lass mich vorbei Lass mich vorbei Lass mich doch rein Lass mich doch rein was訂 Scheiße Wir sind drin Ne weißt du was ich sagen wollte eigentlich? Ja Ja Was? So, hier müssen wir ein Stück losen jetzt, ja. Andersher kommen wir nicht rein. Ähm, ne, ich wollte sagen, es wäre komisch, wenn so ein Explosionsvieh, ne, Dirk explodiert und dazu die Fässer noch explodieren. Aber warum hat es mich jetzt gerade rausgewählt, ey? War ich wieder aufgedrückt? Kann möglich sein. Oh, meine Waffen, die sind ja auch für'n Arsch, alle, ey. Die sind nie im Arsch, die sind für'n Arsch. Ihr müsst mich mal führen, ich sehe hier den Weg nie. Zeig doch ganz anders aus. Hier, Kiste? Ne, wir gehen hier woanders hin. Ich habe einen anderen Wegpunkt gelegt. Achso. Wir müssen da woanders hin. Ich brülle den. Lass den mal brüllen. Hier oben, warte mal, ich geh mal hier hoch. Hier oben, warte mal, ich geh mal hier hoch. Ne, ist nicht, ich bin nicht. Ich bin nicht. Auf der Leiter, wo du dich bist. Wo bist du? Hinter dir. Wo denn? Wo denn? Nimm dir was zu fressen. Na? Achso, ich muss ja euch folgen. Ich wäre jetzt zum Wegpunkt. Hier lang. hinter dir jetzt hier waren wir doch sicher ne stimmt hast recht aber ich naja naja ihr fressen erst mal und dann bescheid gehen wir rein wo ist eine brutale sichtel ich bleibe ne klaue ich hab mal geöffnet brauchst du es werden warte mal scheiße scheiße ich muss noch meine sichel ausrichten dann komme ich ja ich bin da ich bin da so dann sage ich mal 1 1 versteht er nie ist okay ich bin drin aber danke für den tipp dörg ich habe aufgemacht bloß deswegen ja ja danke für den tipp das pulten ist das gesucht jeder wird gesucht ach das ist wo das ist wählen ich wähle noch nie was will ich hier mach auf ah ja ah ja was los ah ja halt hier war doch was zu fressen ich brauch was war das nicht das haus wo die vor allem uns abgeschossen haben alle könnte hinkommen ich mach grad da 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 cool mensch jetzt geht doch mal hinter mir weg nein ich will ja gestoßen werden aber ihr seid doch alle ihr seid doch alle doof hier ist ja einer nee war doch vorher auch einer mach kein mist ja das war wo der ausweis hier lag und das fakt auch meine die alte alte blockiert mich nein ich hab's mal gepackt ich bin so fett ich kann ihn nicht sagen du bist echt fett ich bin so fett ich kann ihn nicht sagen du bist echt fett hier wird er hier wird er ausgefiltert jaja ah das macht laune sowas aber das ist es wert für den spaßfaktor ich bin draußen ich nie ich auch nie du 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 ihr seid ja auch schlecht ich will ja nie schnell draußen sein ist gut so richtig ihr seid schlecht so wir gehen mal jetzt nicht hier unten also wieder rechts lang und sind solche um uns hier aufzupacken nehmt ihr das geld ihr seid höheres level ich hab das ich habe das aufs video wie du gefallen bist ach so der zombie hatte ein diamant gedrinnen echt echt wo hat denn den gehabt das war ein reichert der welche öffnung hast du denn raus gezogen der diamant gedrinnen das das wirst du nie wissen boah der wird schon braun sein gott die in das das ist auch Glauben. Nee, aber nicht jetzt. Du brauchst aber was zu essen, wie es aussieht. Ach. Hä? Was war denn das jetzt? Hat er denn die? Weg, weg. Oh, ich hab das fast extra hingeschossen und der rennt dort hin. Jetzt ist weh. Ach, halt. Hier ist jemand gelabert, aber ich weiß nicht, ob das die Schützen sind oder... Schützen. So. Oh, das ist gut. Einfach mitnehmen. Ey, wir müssen echt mal ne... Wir müssen echt mal ne Werkbank oder sowas finden. Oben ist doch eben. Das ist alles für'n Arsch hier, ey. Wo ist man wohl am sichersten, wenn die ganzen Zombies rumloben? Ich würde mal fast behaupten, auf dem Friedhof. So, da sind sie sich dann alle abgehauen. Der steht immer noch zu oben. Wie kommt denn der dort rein? Ja. Ja. Hier, jetzt könnt ihr euch alle mal aufpäppeln hier halt. Verkaufen. Ähm. Erstmal müssen wir was verkaufen hier. Schwache Machete? Oh, this will help. But if you find any more, please bring them back. Look around the neighborhood. Du, ich hab 40.000, äh, Geld. Gloss? 40.000 Geld? Du? Ich weiß nicht, was das für eine Werbung hier ist. Dollar. Gold. Gold. Das sind Dead Island Dollar. Los. 4, 6, 2, 1. Bei den Ehen verstehe ich ohne mit den Nägel-Quests. Wie viele Nägel will denn der noch haben? Bis er fertig ist. Denk der wollte bloß 3 Stück. Dann siehst du mal, der hat sich verrascht. Oh, hier ist nicht starke Machete. Metallschrutt. Hier gibt es auch Metallschrutt zu gucken, weil es wieder was braucht. Netznummer. Ich guck zur Zeit nicht, zur Zeit nicht, Dirk.